Hey, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 3. Jetzt wollen wir, was wollen wir? Mit dem Arzt sprechen, genau. Mit dem Arzt sprechen. Aus dem Weg. In der letzten Folge haben wir die infizierten Hunde getötet, die infizierten Decken verbrannt. Ein paar Frauen, beziehungsweise, ich würde jetzt mal sagen, Pestopfer zum Arzt gebracht. Und jetzt, denke ich, sollten wir fertig sein mit dem ganzen Zeug. Deswegen wollen wir jetzt mal den Arzt aufsuchen. Gucken, was er dazu zu sagen hat. Ob der schon irgendwelche neuen Informationen hat oder sowas. Kann ja sein. So. Was habt ihr vor? Ich will mit den Impfungen beginnen. Das ist der beste Weg, diese Krankheit einzugehen. Keine Sorge. Schlimm, dass die Menschen so dumm sind. Was, Connor? Was stimmt nicht mit euch? Ein Angriff steht mir vor. Bist du bereit zu kämpfen? Immer. Sagt mir nur, wo ich hin soll und ich sorge dafür, dass kein einziger Mann durchkommt. Was? Die sich näher in der Wache? Hä? Äh, hä? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich hab keine Ahnung. Puh. Ja, ist gut. Ja, ja. War's schon. Zu langsam. Das war gut. Ja, das war nicht so prickelnd. Oh, pass auf. Oh, das war gut. Das sah gut aus. Das sah gut aus. Wo kommen sie? Da kommen sie. Oh, ich bringe sie. Diese falschen Schlangen verlieren lassen. Meine. So. So. Zack, zack, zack. Schön auf den Sack. Von wo kommen sie? Da hinten kommen sie. Zack. Ganz einfache Kiste. Das ist zum Dinner. So. Die Assassinen haben sich längst über den ganzen Globus verteilt. Die Kolonien sind keine Ausnahme. Dieser Mann dort war ein Templer. Und ich hab gedacht, ihr würdet mir helfen. Ich muss sagen, ich bin geehrt. Hm. Falls ihr je wieder meine Hilfe braucht, zögert nicht. Okay. Perfekt. 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 Also, das Team wieder ein wenig vergrößert. So. Was muss ich machen? Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Ich hole mal den Aussichtspunkt. Was? Was? Was machst du denn jetzt? Connor? Lägt den hin. Ich hole jetzt mal den Aussichtspunkt. Und ich glaube, dann mache ich erstmal langsam die Hauptmission weiter. Zumindest ein wenig. Hopp. Hopp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lasst mich. Lasst mich alle in Ruhe. Weg, 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 weg. Weg. Ja. Unverfroren halt. Oh, weg. Oh, da. Komm. Oh, da sind welche. So. Hoch da. Schnell, beilig. Los Connor. Gib Gas. Gas. Ja, ja. Du hast gar nichts. Jetzt froh sind, wenn du keinen Ausmaul kriegst. Hä? Hä? Äh. Warte mal. Wie komme ich denn da hoch? Äh. Wie komme ich denn da hoch? Hä? Wie komme ich denn da hoch? Ah, okay. Oh. Mwahaha. So. Hopp. Die nächste Synchronisation Der steht da wie Guck mal Schön auf Zehenspitzen Schön geschmeidig Ist ja der Wahnsinn Wo ist denn hier Wo hab ich denn hier Da hinten Komm ich da Der kann doch nicht so weit springen Das ist doch gar nicht Das ist doch nicht drin Warte mal Muss aber Ist ja sonst nix Ob das was wird Nein Ja Ja das war Oh mein Gott Ach ja Super Genau so war das geplant Nicht anders Na hinten haben wir da Heide Ja ja halt die Klappe Wo komm ich denn hier Hier muss ich rein Vorsicht Oh das tut mir leid Oh Perfekt So So Halt die Klappe Ähm Ähm Okay So kann ich Wo ist das nächste Da unten haben wir noch eins So Da Wissen wir lang Vorsicht Ich muss mal hier durch Weg da Ach geh runter Connor Halt die Klappe Halt die Klappe Ähm Nein er will wieder da hoch Weg da Was willst du denn Schnapp den Halle So Oh my god Super Oh my god Er hat ihn nicht genommen Verdammte Scheiße Verdammt 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 Ey Plotzt gleich der Kopf Halt die Klappe Wo ist er Oh, der schubst mich Er schubst mich, er schubst mich Falscher Fehler Mein Gott Das wäre ja Genial Warte Pass auf Zack Warte, warte, warte Okay, okay Ey, lasst mich doch den ein Boah, mein Gott Okay Oh, mein Gott, nochmal Perfekt Was ist mit dir los? Wann ist dein Boss das nächste Mal wieder hier? Ich sehe nicht gut aus Ein paar Tagen, lass mich gehen, bitte Ja, was ist jetzt? Hallo? Und Leichen pflasterten seinen Weg Ich müsste hier rein, da müsste ich rein in die Druckerei Was, 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 warum hebst du andauernd irgendwelche Leute auf Connor? So, hier rein Hier muss ich durch Halt die Klappe Halt die Klappe Oh mein Gott nochmal Geht bloß weiter Geht bloß weiter Alles wieder gut oder was? Schwachköpfe? Perfekt Die Klappe Die Klappe Ich muss da vorne rein Eieieiei Keinen Aufstand Nein Nein, wir brauchen keinen Aufstand Ich will mal hier rein Äh So Okay Stechen Kognito Perfekt Was müssen wir jetzt machen? Wo müssen wir hin? Was müssen wir tun? Ich habe keine Ahnung Ich hole erstmal den Aussichtspunkt Da ist die Oh, da ist die Warte Du bleibst schön hier, mein Freund Zack Aus dem Weg Gehen wir gleich nochmal rein Guck mal hier So Perfekt Wieder raus Ach ja So Da muss ich hoch Okay Ja Ja tierisch Zum Totschreien Hopp Hopp Sag mal Hopp So So Wir gleich oben Oh so Connor Connor Come 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 Oh my god Boah Ey Du machst Geh doch da Was machst du denn da? Ey Connor Oh my god Warum geht der da nicht hoch? Hopp Ey er geht nicht da hoch Er geht einfach nicht da hoch Ey das gibt's doch gar nicht Connor Willst du mich verarschen? Ey sag mal Jetzt ist aber Zappen du's da gleich Meine Fresse Meine Fresse Boah So Da ist der Wagen Oh mein god Hier gibt's so viel zu tun Und so wenig Zeit Was ist das hier? Hafenmeister Okay Was ist das hier? Okay Zack Ich hol mir erstmal Warte Ist hier ne Wache? Hey Was soll denn das? Ist alles gut Ist alles gut So Na Wo ist er denn? Da Halt die Fresse Was macht er denn da? Ja Komm schon Komm schon Perfekt Geh mir aus dem Weg Jetzt händest du genau wie der Hund Das hol ich noch Das hol ich mir noch Und Ja ja Tummel dann zetteln Ist klar Ich brauch keinen Tummel Für Ich muss aufs Schiff Ah ne runter Brauchst du nicht hoch Dass er immer und überall hoch will So So Jetzt wollen wir Die Hauptmission weitermachen Ah Ich glaub Daddy wartet schon auf uns Geht mir mal aus Was ist mir ich Was ist hier los? Was ist hier los? Oh 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 Das ist hier die Frage Was nicht passiert Das kann man auch nicht beweisen Sieht aus Als will er jemand Was ist das du Spinner? Oh Toll Oh mein Gott Sind das viele Oh das ist gut Oh das ist Oh geil Oh geil Oh mein Gott 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 Vorsicht Runter Connor Conda 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 Du bist aber auch ein Arsch Weg Du hast ein hartnäckiger Wasser Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Das wäre super Hm Es sind nur wenige Die mir entkommen Hm Oh Oh Connor Klettern ist nicht so toll Was machen denn jetzt Okay Das war gut So Perfekt Oh ich glaub Gibt's dann was Ja So sinnvoll Geh mir aus dem Weg Was ist los mit dir? Wo finde ich deinen Anführer? Gar nicht Seine schwimmende Festung im Hafen Ist ständig in Bewegung Niemand weiß wo er ist Okay Heißt es schon mal ein Schiff Perfekt So Und jetzt würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten paar wieder Also macht's gut Ciao